So, meine Lieben, und weiter geht's bei der nächsten Folge von Monster Sanctuary. Äh, was soll denn das? Bloß die Hintergrunddäger. So, mal gucken, wo geht's denn. Wie soll ich denn jetzt zum Beispiel dort hochkommen? Das geht doch gar nicht. Gehen auch schon mal nach unten. Ich weiß halt nicht, ob das der Weg ist, wo wir es weitergehen. Ja, der Haufen. Viel zu, ja. Oh, ne Truhe. What is you here? Oh, ne Truhe. Cesslus plus eins! Hm, hm, hm. Is that a delicious? Is that a... Ja. Weil, wer könnte denn sowas? Das geht mir hier mal. Hm, hm. Das sind noch mal ein paar Fungis. Ah, machen wir erst mal den Tango weg? Hm. Das macht halt dick Auer. So, dann haben wir den. Hm, hm. Ja, die sind halt wirklich sehr auf. Das sind halt so die, die Debuff Kings. Hält mir aber komisch, weil es relativ viel aus, muss ich sagen. Ja, also. Boah. Ja, wobei. Ja, noch Gift. Ja, wird schon... Wird schon... Oh, sieben Uhr ab 54 schlägen, ey. Gut, schon, Fülle. Wird schon mal so. So, der erste. Stimmt, genau. Das war mein Plan. So, bloß so hier nochmal krallen und dann zack. Fort. Drei Sterne bloß. Zerre Erfahrung. Okay. Gehen wir hier erst mal nicht weiter, wenn dort der Louis ist. Ich denke mal, da wird es weitergehen. Gehe ich erst mal hier links lang. Oh, nee, nicht schon wieder Fungis. Alter. Oh, das ist gelös. Nur Pilze. Pilze, Pilze, Pilze. So, das ist noch mal. So, also Pitz ist da. ja da und seine hässlichen sporen halte es reicht nicht den zu kennen leck mir da in die fresse geschissen das gibt es doch nicht so sagt vielleicht verteidigung lebensring plus 1 er hat denn von uns tank hier der rocky so bin ich da aber glaube ich dann ist erst mal nach unten zudem nur hier mit seinem wolf der angeber halt hier der großkotz erzieht mal an wie ein echter hüter mit einem wilden monster ein blog ein fucking blog willst du mich verarschen du kämpfst gegen den fucking blog digger das willst du ich applaudiere extra nur für dich was für ein glorreicher sieg was ist das für eine dumme großkusche und noch ein glorreicher sieg das war kein sieg digger das war ein fucking blog hallo das ist das wort daran entlorer ist auch sie da weiß ich doch schon dass wenn ein champion monster kommt dass die übelste weichwurst dann gleich voll los so eine masse die magische bis was er sagt der trinkt nur muscheln muscheln plus zwei sehr schön das rechnen ne zeichnen aber warum nicht ist das so ein mensch ist das ein normaler mensch ah ne es ist kein kein champion direkt mal die giftbomb da auf den kipps heute das eigentlich angeguckt reicht also So. Säure-Ring. Feuer-Clan? Reicht? So. Ich hoffe, mit dir funktioniert das genauso gut. Hallo! Der macht mein Damage nach unten. Der blöde Assi. Das wird mir reichen. Oh ja doch! Boah, nice! Ein Fungiei. Ich hätte da gar nicht einen Mensch gehabt. Na gut. Man kann ja nicht alles haben, ne? Siehste. So ein Waschbärter und Skillpunkt-Übung. Ähm... ... ... ... Oh, ich komme da nicht hoch, noch. Okay, zuerst den Heiler her. Wo ist das? Gott sei Dank für den Debuffs. Alter, hallo. Sie sind bei euch kaputt. Ah, da ist von den Reichen. Alter. Die können aber auch... ...jedes... ...also jedes Element, oder? Hab ich das Gefühl. Die sind echt strong. Oh, das reicht nicht. Das geht's ja auch nicht. Ein Mensch, ey. ...nachs. Äh, wir nennen ihn Tuck. Wie Bruder Tuck. ...nachs. So, und du Fuggi. Oh, wie nennen wir ihn? Wir nennen ihn ganz, ganz kreativ. Pc. Ach, ja. So, jetzt guck ich da mal. Okay, der ist doch eher physisch unterwegs. Nix. Den würde ich, hatte ich reise gegen Taubsee. Tauschen. Nein, das scheint mir. So, jetzt gucken wir mal. kann heilen schläger 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 so dann gibt es noch schöne ausrüstung amana-regeneration vielleicht ganz gut er kriegt Posten Schade hin das leben hat ja jetzt hier waffenmäßig habe ich nicht mehr so viele geile sachen ach so und hier ist der rüllen schluss als ob ich jetzt auf immer hier hochgekommen bin ja ja ha 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 ach so wie habe ich das gemacht so du hast eine skill punkt bekommen das ist strong das ist strong also dass das ist das ist really strong so Hallo, ich möchte durch, danke. Wo ist denn das? Frosty. Es war kein Frosty, es war ein Tanuki. Ich will erst mal die Menschen killen, weil die haben wir einen Übel rein, ey. Sehr gut. Alter. Diese Menschen. Schaden. Darum machen echt Schaden. Und zwar nicht zu knapp. Da ist es reich, sehr gut. So. Dann machen wir gegen dich, Säuerregen. Und auf C-U-S-U-P. Dann machen wir ja Stufe 3 krallt. Und dann bist du fort. Nun, Bandana plus 1. Du hast... Nein. Das ist... Du hast einen Skillpunkt. Besser die Gesundheit. Besser die Angriff. Besser die Fertigung. Definitiv rein. So. Besser die Angriff. Beteiligung durch Ausrüstung. 25 Brot. Dadurch geht er theoretisch auch der Damage hoch. Ne? Doch, ne? Mal schauen. So. Verteidigung plus. Waschbär ist eigentlich. Ganz schön nice von seinen Werten her. Schmaßesau. Wie es ist. Koffel plus 2. Hatte ja einen Koffel. Koffel. Nächster Koffel. Keine Koffel. Verteidigung. Ach so. Krieg Schaden. Genau. Ne. Krieg Chance. Okay. Kommt mal die Neutschauer sagen. War mal an der Stelle erstmal. Schluss mit der Folge. Da müssen wir auch bei uns 20 Minuten angekommen. Wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts mehr an Videos verpassen wollt. Ihr wisst Bescheid. Einfach auf den Abo Knopf drücken. Kostet nichts und tut nicht weh. Und dann würde ich sagen. Sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.